Berufslehre oder Gymnasium? Nein, Berufslehre und Gymnasium, denn beide Wege führen zum Erfolg. Im Bildungswesen hat sich in den letzten Jahren manches verändert und vieles ist neu geworden. Stark gewandelt hat sich insbesondere die Berufsbildung. Das schweizerische Bildungssystem umfasst drei Stufen. Die Basis bildet die Volksschule vom Kindergarten bis zur Sekundarschule. An die Volksschule schließt die Sekundarstufe 2 an und darauf baut schliesslich die Tertiastufe mit den Universitäten, den Fachhochschulen und der höheren Berufsbildung auf. Zur Sekundarstufe 2 gehören die Mittelschulen und die berufliche Grundbildung. Beide Bereiche bieten zahlreiche und unterschiedliche Wege an. Die Wege, die man in der beruflichen Grundbildung beschreiten kann, sind ausserordentlich vielfältig. Mit dem Begriff berufliche Grundbildung bezeichnet man heute die zahlreichen unterschiedlichen Berufslehren. Sie bilden eine ideale Basis für den Einstieg in ein erfolgreiches Berufsleben, denn in unserem Berufsbildungssystem werden die praktische und die schulische Ausbildung ideal kombiniert. Jugendliche, die hauptsächlich praktisch begabt sind, wählen oft eine zweijährige Berufslehre. Diese schliesst mit dem eidgenössischen Berufsattest EBA ab. Für schulisch leistungsstärkere Jugendliche bieten sich die drei- oder vierjährigen Berufslehren an. Sie alle führen zum eidgenössischen Fähigkeitszeugnis EFZ. Schulisch besonders starke Jugendliche können die Berufslehre auch mit dem Besuch einer Berufsmaturitätsschule kombinieren. Auch die Mittelschulen verfügen über ein breit gefächertes Angebot. Besonders gut bekannt sind das Langgymnasium, in das man nach der sechsten Primarklasse eintreten kann, und die Kurzgymnasien, die an die zweite oder dritte Sekundarklasse anschliessen. Beide führen zur gymnasialen Maturität. Nach der dritten Sekundarklasse stehen Jugendlichen, aber auch Fachmittelschulen mit fünf verschiedenen Profilen offen, die entsprechend den individuellen Interessen und Fähigkeiten gewählt werden können. Sie ermöglichen den Erwerb eines eidgenössischen Fachmittelschulausweises und einer Fachmaturität. Schliesslich gehören in diesem Bereich auch die Handelsmittelschule und die Informatikmittelschule. Diese bieten auf schulischem Weg eine Berufsausbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis EFZ sowie den Erwerb der Berufsmaturität an. Kurz, nach der Volksschule gibt es viele Wege, die man einschlagen kann. Sie alle sind zwar sehr unterschiedlich, aber alle ermöglichen beruflichen Erfolg. Das war nicht immer so, denn zwischen dem früheren Bildungssystem und dem heutigen gibt es erhebliche Unterschiede. Früher war das Bildungssystem eher starr. Die besten Schülerinnen und Schüler traten ins Gymnasium ein, denn nur dieses öffnete alle Türen. Die Mehrheit der Jugendlichen besuchte jedoch eine Berufslehre und eine große Minderheit trat direkt ins Erwerbsleben ein. Ein nachträglicher Wechsel war sehr schwierig, denn die Durchlässigkeit zwischen den drei Wegen war klein. Heute ist das ganz anders. Das Bildungssystem ist durchlässig geworden. Wer das Kurz- oder Langgymnasium durchläuft, kann wie seit eh und je üblich ein Studium an einer Universität, an der ETH oder an einer pädagogischen Hochschule beginnen. Aber auch ein Studium an einer Fachhochschule ist möglich. Dazu müssen die Maturanten aber vorher ein Berufspraktikum durchlaufen, denn ihnen fehlt ja die Berufspraxis. Die berufliche Grundbildung bietet gleichwertige Entwicklungsmöglichkeiten. Wer das eidgenössische Fähigkeitszeugnis EFZ im Sack hat, kann beispielsweise ein Bildungsangebot der höheren Berufsbildung anpacken. Eine Ausbildung im Bereich der höheren Berufsbildung bietet zahlreiche berufliche Chancen. Für viele erfolgreiche Unternehmen, insbesondere aus dem handwerklichen, technischen und gewerblichen Bereich, war dieser Ausbildungsweg jedoch auch eine ideale Basis für den Schritt in die Selbstständigkeit. Wer zusätzlich zum eidgenössischen Fähigkeitszeugnis EFZ die Berufsmaturität erworben hat, dem stehen auch die Türen an die Fachhochschulen weit offen. Und wer mit der Berufsmaturität in der Tasche eine Passarelle durchläuft, der kann auch an einer Uni oder an der ETH studieren. An den dafür spezialisierten Schulen können Erwachsene zudem die gymnasiale Matur erwerben, mit erfolgreich abgeschlossener Berufsmaturität gar auf einem verkürzten Weg. Übrigens, sogar die kleine Minderheit, die heute ohne berufliche Grundbildung direkt ins Erwerbsleben eintritt, kann nachträglich eine Berufslehre oder gar eine Mittelschule besuchen. Aber ganz ehrlich, den direkten Eintritt ins Erwerbsleben empfehlen wir nicht. Es gibt bessere Wege. Die Berufsinformationszentren BITS helfen bei allen Fragen zur beruflichen Zukunft kompetent und gerne weiter. Auch auf der Homepage des Zürcher Mittelschul- und Berufsbildungsamtes sind zahlreiche weiterführende Informationen aufgeführt. In unserem Bildungssystem spielt es also keine Rolle, ob man den Weg über die berufliche Grundbildung oder über die Mittelschule wählt. Denn beide Wege bieten gleichwertige Chancen zum Erfolg. Aber das macht die Wahl des persönlichen richtigen Weges natürlich nicht einfacher. Wie heißt es doch so schön? Wer die Wahl hat, hat die Qual. Wie also soll ich mich entscheiden? Sollen bei meiner Wahl das Berufsprestige und die künftigen Verdienstmöglichkeiten im Vordergrund stehen? Nein. Das Streben nach Prestige und Geld sind beim Entscheid, ob Berufslehre oder Mittelschule, schlechte Ratgeber. Denn erstens ändern die Berufe, die Prestige und hohes Einkommen versprechen, rasch. Und zweitens empfiehlt sich ohnehin nach der Lehre oder nach der Mittelschule eine weitere Ausbildung im Bereich der höheren Berufsbildung an einer Fachhochschule oder an einer universitären Hochschule. Denn dadurch öffnen sich zahlreiche weitere gute Chancen für eine berufliche, erfolgreiche Zukunft, sei es in Berufen mit hohem Prestige, mit sehr guten Verdienstmöglichkeiten oder mit beidem. Die entscheidenden Fragen lauten, wo kann ich meine Fähigkeiten und Talente am besten einsetzen? Und wo liegen meine Neigungen und Interessen? Denn Berufslehre und Mittelschule sind zwar gleichwertig, aber sie sprechen unterschiedliche Fähigkeiten und Neigungen an. In der Berufslehre tauchen die Jugendlichen unmittelbar in die Erwachsenenwelt ein. Sie arbeiten Seite an Seite mit erfahrenen Berufsleuten. Im Zentrum steht das Erwerben von praktischen Fähigkeiten, sei es in der Werkstatt, in einem Pflegeberuf oder in einer Bank oder Versicherung. Berufsbegleitend besuchen die Jugendlichen die Berufsfachschule, wo sie sich das theoretische Rüstzeug für ihren Beruf holen. Die Mittelschule spricht Jugendliche an, die sehr gerne die Schule besuchen, die Freude an theoretischen Fragestellungen haben und sich lustvoll mit kulturellen Gütern befassen. Auch erste Schritte hin zu wissenschaftlichem Arbeiten gehören zur Mittelschule. Junge Menschen, die sich gerne vertieft und intensiv mit Sprachen, Literatur, Mathematik und Naturwissenschaften befassen, finden an den Mittelschulen genau die Herausforderungen, die sie suchen. Schulisch leistungsstarke Jugendliche, die einerseits gerne die Schule besuchen, jedoch auch gerne praktisch arbeiten und ins Berufsleben einsteigen möchten, die können das Beste aus beiden Welten verbinden. Mit der Berufsmaturität schlägt man zwei Fliegen gleichzeitig. Erstens erlernt man einen Beruf und erwirbt das eidgenössische Fähigkeitszeugnis EFZ. Zweitens öffnet die Berufsmaturität die Türen zu den Fachhochschulen und via Passarelle auch zu den universitären Hochschulen. Weil es sehr unterschiedliche Berufe gibt, gibt es auch unterschiedliche Ausrichtungen zur Berufsmaturität. Fünf Ausrichtungen stehen zur Auswahl. Jede deckt andere Berufsfelder ab. Das stellt sicher, dass die Lehrpläne der Berufsfachschulen und diejenigen der Berufsmaturitätsschulen gut aufeinander abgestimmt sind. Es gibt verschiedene Wege, wie man die Berufsmaturität erwerben kann. Erstens kann man eine Berufsmaturitätsschule während der Lehre besuchen. Zweitens gibt es die Möglichkeit, sich nach der Berufslehre Voll- oder Teilzeit auf die Berufsmaturität vorzubereiten. Und drittens kann man die Berufsmaturität auch erwerben, wenn man eine Handels- oder eine Informatikmittelschule besucht. Der Besuch der Berufsmaturitätsschule während der Lehre ist zwar recht anspruchsvoll, aber auch sehr bereichernd. Und es ist der direkteste und schnellste Weg zum angestrebten Ziel. Wer Kopf, Herz und Hand gerne auf sehr hohem Niveau kombiniert, ist hier absolut richtig. Und gute Lehrbetriebe ermöglichen ihren leistungsstarken Lernenden gerne diesen spannenden Ausbildungsweg. Ja, heute gibt es viele Wege zum Erfolg. Aber nicht immer sind diese Wege leicht zu beschreiten. Gerne stellen wir uns unseren Weg als Schnur gerade vor, sodass wir das Ziel schnellstmöglich erreichen. Das ist meistens Theorie. In der Praxis sind die Wege zum Erfolg alles andere als gerade, sondern geprägt von Wendungen und Kurven. Aber welchen Weg man als Jugendlicher oder junger Erwachsene auch einschlägt, eines ist sicher. Wenn der gewählte Weg beharrlich und mit Ausdauer beschritten wird, führt er zum Erfolg. Denn das Schweizerische Bildungssystem stellt sicher, dass die Wege über die berufliche Grundbildung und über die Mittelschule gleichwertig und durchlässig sind. Es gibt nicht mehr einen einzigen Königsweg zum beruflichen Erfolg, sondern deren zwei. Entscheidend für die richtige Wahl sind alleine die eigenen Fähigkeiten, Neigungen und Interessen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.